Hallo Leute! Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft mit der Wurst, Kevin und ich. Ja, und jetzt wollen wir unser Haus auf jeden Fall vervollständigen. Und dazu brauchen wir ganz viel Dschungelhaus. Ja, und wir haben schonmal hier... Ja, ich hab mir auch schonmal was aus der Truhe rausgenommen. Ich fang auch von hinten an, das macht sich wohl besser. Ja, und wir haben schonmal gerade bei der Nichtaufnahme, sind wir kurz zu der einen hinteren Insel gezegelt. Dann haben wir mal geguckt, ob man da vielleicht was anbohlen könnte, aber dabei ist es gar keine Insel. Als wir dorthin geschwimmt sind... Geschwommen! Geschwommen! Geschwimmt! Geschwommen! Ja, da hinten, ich zeig sie nochmal. Da sind der ganz kleine Punkt da. Dort ist halt eigentlich in Wirklichkeit ein riesiger Dschungel. Also der dreht sich einmal so im Kreis. Ja. Und leider können wir da doch nichts anbauen, aber man könnte ja theoretisch mal eine künstliche Insel zu erschaffen. Ja, das könnte man auch machen. Und da unsere ganze Rundfunk. Die Feinheiten kommen dann halt irgendwann später oder so, jetzt wird es eh erstmal wieder dunkel. Ja. Das muss ich nochmal. Schönes Dachraum. Oder was sei denn? Etage abgrenzt. Achso, Andrej, was wollte der jetzt einflashen? Hat der nochmal zurückgeschrieben? Ja. Ja. Ist von Mut. Ja, ist von so'n Typen von unserer Freundschaftsliste. Das kann. Fein. Grobe Fugel. Ne. Hätte man nicht erwähnen sollen. Im Video. Haha. Er hat mir grad ne Nachricht geschwimmt. Er möchte mit mir spielen, aber es hat beschrieben jetzt gerade nicht, aber sonst eben nicht. Äh, das würde ich lieber unterlassen. Der ist neun Jahre alt. Achso. Man ist doch kein Headset. Achso. Ach das ist alles klar. Ja gut, dann weiß ich Bescheid. Hahaha. Äh. Er hat hier oben ein Headset, kommt sich was. Kann man sich ja natürlich auch nicht so gut abführen. Ja. So wie wir. Genau. Ey, Zombie ist da oben schon gespawnt. Nein, 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 nein. Zombie läuft da oben. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Haha, laut doch. Bauten euer Leben. Ist das jetzt noch wie immer noch da noch? Ja, glaub ich will ja. Oh! Ich bin wahrscheinlich nicht so einfach. Okay, das Haus ist... Ach so, ne. Oh, ich kreibe sie mit an! Ja, ja. Ich hab dich schlafen. Nee. Jo. Die goldene Mütter. Tag. So. Boah. Der Tarkus sieht immer so cool aus hier, das Holz. Die Sonne scheint wieder in Minecraft. Yay. Wenn er kein Headset hat, wieso macht er mir denn eine Party einladen? Haha. Ja, will ich auch. Nein. Gott. Ich kling jetzt als Homo. Das heißt, über andere User reden. Das ist Cybermobbing. Nö. Du. Das ist nicht. Sack jetzt. Das ist allzu schön. Ich kenn ihn ja nicht. Wenn Ivi sagt, dass er neun ist, dann ist das sowieso nicht meine Altersgruppe, mit der ich spielen sollte. Ja. Da gibt's andere Mannjährige, die bestimmt weitaus mehr Spaß haben. Ja. Aber, siehst du, da hatte ich eigentlich ein gutes Thema. Was ist eigentlich für euch der perfekte Einstieg, so das normale Alter, um mit Zacken sag ich mal anzufangen? Meinst du? Ja. Weil ich hatte halt mit neun keine Konsole, auf der ich jetzt so hart vorgezockt hab. Ne. Ich hab mit sieben angefangen Playstation 1 zu spüren, so Crash Bandicoot. Ja. Genau, ja. Das hatte ich auch, ja. Aber halt nur, wenn dann immer ganz selten immer so. Auch nur bis hier. Also ich war früher mehr draußen als jeden Tag mit zehn oder elf halt die ganze Zeit vor der Konsole zu hocken. Ja. Das ist natürlich auch. Dann hab ich so angefangen, so PS2, so Star Wars Battlefront, Battlefront 2 und so. Das hab ich für PSP gesuchtet, ja auch mit den Kunden zusammen. Dieses Battlefront, das war auch geil, ja. Ne, weil ich hab ja, wie gesagt, ich hab ja immer in mediamark gearbeitet und da kamen halt schon äh 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 ählter, äh ältrte Teile zu mir und meinten so, ja ähm, meine Tochter wird ja 6 und äh sie braucht ein 2DS so ungefähr, oder ein 3DS. Heheheh Heheheh Was mit euch los? Oh ne alles Alles top Boah ich raus der ist Boah Läuft Boah Achso Wegen andere User und so Wollte ich nicht sagen ne? Kennt ihr die Allotricks oder so? Natürlich Ja ich mein Rage Mode ne? Du Hurensohn ja und er bleibt ja direkt Andere Spieler und da sagt keiner was so Ne ne das machen wir nicht Das machen wir natürlich nicht Ne wie kommst du darauf? Ne Ach nein Also ich mein so vom Beispiel her so Ja Ich übernimm die Treppe Wollen wir die Fenster hier zu groß haben? Wie die hier sind? Boah ey schreie nicht so Jaja kannst du machen Aber nein mach keine Blöcke mach keine Blöcke Mach lieber Scheiben He Ja Ja Scheiße F*** Ah 9 ist 2 Wattra Wattra Ehm Wattra 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 Ah, scheiße, hab mich auch wieder verschätzt. Du hättest doch von oben so ansetzen können, weißt du? Ja, das ist doof. Mit den Treppen, die ähm... Dafür braucht man halt ne Unterlage, wo man die raufbaut. Und das wär dann ein bisschen kacke, wenn man von oben runter wohnt. Aber na gut, du hast da sowieso Stufen überhaupt keine. Ja, ja. Bestimmt ja, sicher. Ähm... Genau, und jetzt, warte mal. Warte mal, das kann man hier wieder abholen. Oder? Wollen wir das lassen hier da drunter, das Holz? Oder sieht es dann komisch aus, wenn man dann einfach so ne schwebende Treppe hat? Ja. Kannst ja auch so, oder? So. Nein, nein, nein! Falsch, falsch, falsch! Wer hat mir jetzt hier zugebaut? Hahahaha! Ja, ihr müsst mir auch so n bisschen sagen, weil sonst krieg ich hier bloß blöd rum und weiß nicht, was ich da drunter. Hahahaha! Deswegen. Warn, Grubefuge. Äh... Ne, also ich hab mir jetzt so gedacht, ich mach immer so... Weiß, also ich mach nicht immer so ne ganz losige Treppe. Ich mach immer so von... ... beiden Seiten, wenn nicht sogar von allen vier Seiten, ...dass man so hochlaufen kann wie so ne Tempeltreppe, weißt du? Ach so, okay, so willst du das machen. Ja, denn, denn ist klar, denn ist ja, weil an den Seiten da ist ja der Zug auch. Äh... Jetzt bist du von der anderen Seite so wie so ein Regenbogen auch nochmal und dann... Jaja... 1, 2, 3, 4, 5, okay. Äh... Ich nehm mir sonst irgendwie Glas, wenn noch wo was ist, oder wo ne Samt und mach's nicht so Glas. 5... Ah, nein, fuck. Ich hab nur schon mal Glas genommen. Ich fang es nicht. Mein Sand holen. Ja, ich hab grad... Ach so, ihr habt ja auch jetzt... Und wie machst du so diese Glas... Scheiben, sag ich mal? Diese kleinen... Ja, ich mach die Glascheiben. Ich mach die Glascheiben. Ich fühl mich so unnütend, weil sie nie vor sich lachen. Sand für Sand holen. Du kannst schon mal die Ober... Du kannst die nächste Etage machen. Tio. Also wenn... Und kannst du vielleicht... Ach so... Ja, wieviel Blöcke soll denn das jetzt wieder hoch, oder... Äh, das ist sowieso ne Frage, wie weit wir das Haus noch nach oben machen. Also ich steh immer mehr auf, äh, mehr Etagen. Desto größer, desto besser ist es doch. Weil, können wir gleich so ne Lagerhalle noch mit dem Haus machen? Also warte, komm mal her, Kevin. Ja? Ich denke, mach einfach mal wieder so... Äh, warte... Ja, so ist perfekt. Ähm, einfach... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Ja, so... Genau, und jetzt dann einfach zugehauen. Wenn du Holz brauchst, weißt du... Ja, genau, und dann... Ja, das Haus so bestimmt checkt. Macht ja auch so, so, so... Die Treppe, die Treppe, die Treppe... Ja, so, so, irgendwie Ziegelsteine dann nach oben als Sachen und so. Macht das auch? Ja, Ziegelsteine sind auch nicht schlecht. Nur das Problem ist, wir wissen nicht, wie man Ziegel bekommt. In der Werkbank, ähm, finden wir irgendwie, äh, die die Ziegel. Ähm, aber vielleicht könnt ihr ja das da draußen in die Kommentare schreiben. Genau, das ist ja auf jeden Fall hilfreich, so. Besonders für mich, so. Ja. Hab da ja sowieso nicht so... ...Erfahrung. Ich hab letztlich so ne große Treppe gemacht, aber reicht auf jeden Fall. Und dann kommt dazwischen auch wieder Glas. Genau. Okay, und dann kann man ja noch ne Schicht drauf machen und die wird dann komplett aus Glas, weißt du so. Ganze Scheiben, Wände und so, hätte alles aus Glas. Aber ist halt natürlich eine Kostenfrage. Ja. Also bei Karglas ist halt natürlich teuer. Aber nicht, wenn du einen Steinschlag hast. Hehehe. Aber nicht, wenn du einen Steinschlag hast. Hehehe. 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 Ja. André, bei Fuß. Bei Fuß. Kann man ja. Wenn man das machen könnte, man könnte die irgendwie dann später mal unter diese Treppe hier das Enderportal... äh, das Netherportal machen. Kann man ja auch mal kurz... Äh, ich zähl mal ab für die Säulen, ne. Damit ich die gleichen Abstände auch auf der nächsten Seite habe, ne. Achso, ja, ja, kann schon. Beim 6. Aber wär schon ne geile Idee. Okay. Musik Okay, jetzt find ich mal. Oh, kurz Pengen? Ja, guck mal. Was war ich? Bohnen? Wollen wir noch mal haben? Was? Ja, fertig wir. Vielen Dank. Das war's für heute. Jetzt können wir wieder zum Morgen. Nein. Wir müssen unbedingt alles beleuchten. Ja. Komm, wir spawnen dann hier die ganze Zeit Creeper oben. Ja stimmt, Fackeln brauchen wir auch noch. Na ja, Kohle haben wir ja. Den können wir ja herstellen. Ah, jetzt habe ich zwei mal Eifen holen. Neu holen. Wie wir auch alle ruhig sind, so total vertiefen unsere Arbeit hier. Ja. Aber das Haus kommt alles hier. Alles langsame Stadt. Juuu. Da ist schon vor mir, als ich die Insel sah. Ja. 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 So. Ja. Wie war es vom Light auf? Ja. Ich... Ja, das geht doch toll aus. Mit voller Elan hast du das gesagt. Man sieht das toll aus. Das ist ja voll großartig. Wollen wir jetzt noch eine draufbauen? Noch eine Etage daraufbauen? Ja. Ich meine, solange wir Holz haben. Und irgendwann werden wir sagen, wir brauchen noch einen Raum für Öfen oder so. Oder irgendwelche Truppen. Ja, machen wir unsere eigene Konditorei auf. Ganz raubvoll im Ofen. Aber nur ist das Problem, ich weiß, dass ich mich durch die Treppe hin tun soll. Nach der Mitte kann ich dir jetzt nicht wirklich wieder hin tun. Aber doch. Doch, mir fällt gerade was ein, mir fällt gerade was ein, mir fällt gerade was ein. Das hast du gemacht, Rappus. Andrew, du hast hier unsere Scheiße gemacht. Du hast es genau gesehen. Ja. Niemals. Dreh's mal besoffen. Besoffen. Hölle. Ich bin immer. Am Wochenende. Am Wochenende. Immer schön die Disco und danach bis zum Marille. Niemals. Am Wochenende. Komm. Wir schauen. Wir schauen. Wir schauen. Wir schauen. Wir schauen. André ist unser Glauser. Ja, die untere Etage ist ja schon mal soweit fertig. Was ist? Sag, die untere Etage ist denn ja schon mal fertig für Glas? Ja, der Boden aber noch, ne? Ja, ja, genau. Soll ich da irgendeinen Stein denn draus machen sonst? Wo? Ja, was wollen wir jetzt Boden nehmen? Ich weiß nicht, dann mach ich den Boden nämlich ja. Was wollen wir da haben? Achso, den da unten in Boat. Ja, genau. Ich weiß nicht, was würde denn gut aussehen. Wir könnten natürlich einen normalen Stein benutzen. Also, den edlen da, diesen. Oder, André? Ja, den Clean Stone. Ja, genau. Ne, nicht Kies. Von normalen Steinen rede ich. Clean Stone, hab ich doch gesagt. Du hast auch verstanden. Kies. Ja, das war Schwerhörig. Ja, dann werde ich mich, ähm... Okay, auf jeden Fall, ja genau, ähm... Du musst einfach nur Pflastersteine, ähm... Pflastersteine in den Ofen packen. Ja, dafür brauche ich Pflastersteine. Dann gehe ich erstmal kurz... Da hinten sind ja ein paar, auf jeden Fall. Da weiß ich ja schon mal welche Spitzhange habe ich aufgerechnet. Ja, genau. Ich mag's. Oh, 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 oh. Die Uhr sagt's. Hm. Er hat an der Uhr gesehen. Was ist denn? Ja, aber bevor die Spitzhange geht, will ich noch ein bisschen hacken. Aber vielleicht können wir diesmal eine längere machen. Ja. Oder wie seht ihr das? Ja, das kann doch. Geht. Zumindest so auf die... ...Gladen 30 Sonnenstelle. Ja, auf die Glatten 30 ist tot. Oh, mm, jo. Ja, Ü30, ja, mh. Oh, Mann. Ich hack hier bis meine Spitzhange. Ich hack hier bis meine Spitzhange. Ich hab hier aus. Ich schaufe,- Ich hab hier bis meine Spitzhange. Ich hab hier bis meine Spitzhange. Du, Stein, meiner Achse zieht meine Spitzhacke, ist gleich schrottig. Kann ich, komm ich gleich wieder. Also die Treppe zum dritten, nee, dritten, nee, dritten, nee, doch dritten Etage ist fertig. Krass. Wie es einfach mal aussieht, ey. Ey, stell mal ein bisschen Fackeln und beleuchten mal ein bisschen das Häuschen, ok? Ja, es wäre ganz interessant. Nicht mehr so viele Momente. Das ist die Spitzhacke. Krass, wie das Haus halt nicht aussieht. Sieht doch ein bisschen von hier aus wie in der Schule, Alter. Wie in der Schule. Ja, wie so ein Schulgebäude halt. Also die Sonne alten, ich glaube die neuen nicht, aber die Sonne ist nicht alt. Die Straßen gibt so einen, die sind. Ok, dann werde ich jetzt hier mal den Boden drauf ändern. Ach nee, ich muss vorher ja alles in den Ofen kriegen. Das wäre ja ganz geil. Ich hab... Boah, fuck. So viel Kohle haben wir aber nicht. Naja, ich hab ja schon ein paar Fackeln. Ja, ich mein, soll ich jetzt noch mal alle Pflastersteine denn jetzt nehmen, oder soll ich die ja noch in den Ofen packen, weil... Für den Ofen, glaube ich, haben wir die Kone nicht. Ja. Doch, hier ist auch noch sechs drin. Ja, aber ich hab' 120 Steine. Und der Boden ist ja, ist ja auch... Ja, ich mach das jetzt mal, weil der Boden ist ja auch... Auch ja bestimmt ein paar Blätter auch. Äh. Egal. Ja, wir müssen, wenn wir das Haus hier fertig haben, auf jeden Fall ne Höhle gehen, ne? Ja. In der Höhle, ja. In der Höhle, ja. Ja, da müssen wir auf jeden Fall vorher alles gut irgendwie so Steinecks und sowas das schon mal zurecht machen. So, die Unteretage ist dann beleuchtet, jetzt kommt die nächste. Ähm, hier wieder das gleiche Prinzip oben jetzt. Mit den drei, vier Säulen. Würde ich sagen. Doch, das ist ein Creeper. Er kommt zu uns, soll ich ihn explodieren lassen, bevor er zu nah ans Haus kommt? Nein, nicht hier auf dem Haus, also... Ne, der ist im Wasser drin, deswegen. Aber er kommt halt zu uns, deswegen... Lass ihn, lass ihn einfach. Lass ihn schwimmen. Ähm, vier sagtest du nur eins. Ja, vier hoch, genau. Ist klar. Ja. Ja, dann werde ich die Säulen noch machen und dann war's aber schon wieder. Oh, die, äh, Etagen sind beleuchtet. Da du so schön, äh, den Anfang gemacht hast, heute, Dario, hast du ja auch... heute machen. Tschüss. Ha, 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 ha. Ho, ha, 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 ha.